Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge vom DJ Talk Deluxe. Willkommen von meiner Wenigkeit DJ Golemo und auch im Namen von meinem Kollegen DJ Dirty Dan. Hallihallo. Ich bin auch dabei. Hallo, hallo. Du bist auch dabei. Ich hoffe, dass es die 44. Folge ist. Das war jetzt gerade wirklich rein ins Schwarze geraten. Bruder, ich habe keine Ahnung. Also so gut kenne ich mich aus. Nein, es ist die 43. Folge. Ich habe es verkackt. Willkommen zur 43. Folge vom DJ Talk Deluxe. Mein Name ist Golemo, mit mir dabei DJ Dirty Dan. Servus. Servus. Und natürlich wussten wir das ja beide, dass es die 43. Folge ist. Ich nicht. Ich wollte uns noch retten, aber... Nein, da gibt es nichts zu retten. Es war eine harte Woche für mich. Es war viel los in dieser Woche. Es ist brutal viel auf der Welt passiert dieser Woche, worüber wir ein bisschen plaudern können. Für mich geht es heute, wo der Podcast rauskommt, direkt wieder in den Club. Ich spiele am Montag für Berufsschüler. Das heißt, ja, nächste Woche kannst du mich kübeln. Wortwörtlich. Wortwörtlich, ja. Fangen wir von vorne an. Wie geht es dir? Prinzipiell ganz gut. So wie sonst auch immer. Sehr, sehr positiv gestimmt. Wie geht es dir, mein Freund? Ja, auch. Also wie gesagt, viel zu tun. Bisschen erholt von der Fahrerei. Ja, ja, ja. Die Fahrerei ist ja nie das Problem. Es ist das wenig Schlafen davor. Das ist das Problem. Das fühle ich den Punkt, aber maximal. Aber passt schon. Ich finde das aber behindert. Du buchst dir ein Hotel und musst um zehn auschecken. Kommst aber als DJ irgendwann um vier oder fünf, wenn es dir Spaß macht, sechs oder sieben ins Zimmer. Was brauchst du denn da noch im Hotel für die zwei, drei Stunden Schlaf? Sie könnten ja Geld damit verdienen, indem sie eben wirklich so einen Late-Checkout machen. Wir machen ja viele. Ja, okay. Ja, ja, okay. Aber du zahlst dir auch dumm und dämlich. Du zahlst dir auch mal das halbe Zimmer drauf, dafür, dass du zwei Stunden länger im Bett schlafen kannst. Das meine ich ja nicht zwei Stunden, sondern was soll ich mit zwei Stunden, dann kann ich gleich heimfahren. Das ist es mir nicht wert. Aber wie ging es dir? Du hast auch aufgelegt, ne? Ja, ich hatte mal wieder am Wochenende, was ein bisschen schwieriger war. Schwierig heißt? Natürlich, ehrlicherweise zu. Ja, ich glaube, man merkt jetzt, dass Halloween gewesen ist. Ja. Und entweder haben die Leute kein Geld mehr oder kann auch immer keine Kraft zum Fortgehen. Es war nämlich dementsprechend wirklich wenig los, muss ich sagen. Aber nur bei dir gefühlt. Sonst war es überall sehr, sehr stark, was ich so von Kollegen gehört habe, was ich selber auch erlebt habe. Also Kärnten scheint wohl keine Lust zu haben. Ne, ich weiß es nicht. Also es war überraschenderweise wirklich ein schwacher Samstag, leider. Ich war nämlich sehr, sehr motiviert, aber irgendwie ging das dann nicht so auf und ich musste alles, was ich mir vorgenommen habe, komplett umschmeißen. Und da sieht man wieder mal, wie flexibel du als Resident auch sein musst und die Party quasi von hinten aufräumen musst, unterm Strich. Du hast eine coole Party gespielt, die auch beworben worden ist. Ich habe, glaube ich, die gleiche Party gespielt, ohne dass sie beworben worden ist. Verstehe, ja. Also bei mir war es, am Freitag habe ich ein Heimspiel gehabt. Da ging gefühlt alles schief, was nur schief gehen kann von der Organisation. Da war ein sehr, sehr junges Team dahinter, was das zum ersten Mal macht. Ich möchte das auch gar nicht schlecht reden oder so. Es ist jedem passiert ein Fehler. Aber wenn man halt gewisse Sachen wie einen Rider zum Beispiel abschickt, dann erwartet man sich das schon, wenn dieser unterschrieben wird von der gegnerischen Seite, dass der halt auch erfüllt wird. Haben wir dann im Nachgang klären können, das ist auch alles okay. Aber es demotiviert halt ein bisschen, finde ich. Dafür war es gestern umso besser bei mir am Samstag. Da ging es einfach um alles, sage ich so, wie es ist. Da war jedes Lied ein Hit, gefühlt. Die Leute haben Bock gehabt, die Leute waren motiviert. Und morgen ist in Oberösterreich so ein Berufsschulwechsel. Ich weiß nicht, ob es in ganz Österreich so ist, dass man hier so Zeugnis bekommt und dann wieder in den Arbeitszyklus kommt als Berufsschüler. Und diese Jungs und Mädels, die feiern halt am Montag, geben da komplett Gas im Club und schauen dann, wer mit mehr Pegel sein Zeugnis abholen kann am Folgetag. Das ist so der Sinn dieser Party, wo ich morgen bin. Also da kann ich mir auch denken, dass das sehr, sehr gut besucht sein wird. Bin ich schon gespannt. Ich glaube, ich auch, ja. Also ich finde das auch cool. Also ich kenne das so gar nicht mit Berufsschulen. Ich kenne es von der anderen Seite. Ich kenne es mit dem Bundesheer bei uns. Wir haben das öfters halt so für das Bundesheer gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben in einem Club in Kärnten einfach, ich glaube meistens, ja, kommt darauf an, wie quasi der Abrüster-Termin ist, aufgesperrt haben. Und die sind dann halt gekommen mit der gefühlt ganzen Kaserne. Das ist doch fett, ja. Die haben ja auch Bock, die gehen ja dann fort, weil sie feiern wollen. Ja klar. Und die geben auch Geld aus. Also sie lassen das Geld auch da liegen im Endeffekt. Das stimmt. Das macht schon Sinn. Das stimmt. Es ist sehr, sehr viel passiert letzte Woche. Ich komme jetzt mit ein paar Sachen, wo du selber dir denken wirst, what the fuck. Ist dir aufgefallen, dass DSDS lief? Deutschland sucht den Superstar. Ja, es ist mir aufgefallen tatsächlich. Aber ich habe es absolut nicht verfolgt. Ich habe nur jetzt, kurz bevor wir aufgenommen haben, eine Schlagzeile gesehen. Puschi, du ersetzt die Petro Lombardi. Ja, komme ich auch gleich dazu. Aber es gibt einen neuen Superstar, heißt Christian Jährig. Ich sage dir ehrlich, das ist sowas von an mir vorbeigegangen, diese ganze DSDS-Geschichte. Zum Thema Bushido, der war auch total in den Medien. Hast du, du als alter Bushido-Fanboy, Fangirl, hast ja diese Flair-Geschichte mitbekommen, oder? Ja, ich habe das Video gesehen. Bushido hat gerade den ärgsten Beef mit Flair und hat halt einen absoluten Boss-Move gemacht, muss man ehrlich sagen. Bushido hat ja auch seine Wohnung gekauft. Bushido hat die Wohnung gesteigert. Nur darum, um hier, also so grenzgenial, der kauft eine Wohnung, um darin ein Video machen zu können, weil diese Wohnung wurde ersteigert mit den ganzen Inhalten in der Wohnung. Das heißt, alles, was drinnen ist. Alles, was zurückgeblieben ist, ja. Genau. Flair ist zur Info auch ein Rapper. Ich glaube, Bushido und er waren früher sogar sehr gut befreundet. Ja, waren beide unter dem gleichen Label auch. Und ja, Bushido hat ihn halt in einer Tour zerstört. Hat dann so eine Room-Tour, ein bisschen wie mit MTV damals gemacht. Hat die Wohnung gezeigt. Zeigt dann, und da, finde ich, sieht man das wieder mit diesen Rappern und, weißt du, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und da waren Inkasso-Briefe drinnen. Da sind Mietrückstände, die nicht bezahlt worden sind. Da hat er von der, einen Brief, einen Inkasso-Brief aufgemacht von der Telekom, die Deutsche Telekom, die da 1200 Euro möchte von ihm. Nicht nur aufgemacht, sondern auch einfach gezeigt. Ja, es ist ja offiziell Bushidos Brief jetzt, weil er hat es ja gekauft. Wo würde ich das aussehen? Dann hat er das Badezimmer gezeigt, wo Flair gewisse Potenzmittel mit hatte und wahrscheinlich auch benutzt hatte, um da jetzt nicht näher drauf einzugehen. Flair hat sich auch schon mit einem Statement auf Twitter-Ex, für mich bleibt das immer Twitter, kann kaufen, wer will, hat sich da auch schon gemeldet. Flair meinte, das ist halt so eine Wohnung, die so eine Fake-Adresse ist, wo man halt Sachen anmeldet, die jetzt nicht so relevant sind. Oder, ich weiß jetzt gar nicht, was da... Und deswegen bekommt man den Inkasso-Brief, also, ja komm. Ja, wie gesagt, also, er hat auf jeden Fall 1200 Euro bei der Deutschen Telekom offen. Ich denke, dass das für einen Flair auch kein Geld sein sollte, weil er ja doch sehr, sehr viel Kohle verdient hat damit, mit der Musik. Aber, ja, das ist, wie gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Finde ich sehr, sehr witzig. Bushido hat ihn einfach zerlegt, Punkt. Punkt. Mega-Move, mega-Move, muss man so sagen. Aber gefühlt kommt Bushido jetzt auch mit dieser DSDS-Geschichte wieder zurück in die Medien, nach Deutschland. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Dich freut es sicher, du bist ja so... Ja, das ist natürlich, wie gesagt. Was heißt, mich freut es, mich freut es, wenn eine gute Musik droppt im Endeffekt. DSDS, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich ewig nicht mehr verfolgt. Weil es mich irgendwann einfach nicht mehr interessiert hat. Und, ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll jetzt von dem Move. Ja, wir werden sehen. Mal sehen, was passiert. Ich habe letztens von einem guten Freund eine sehr, sehr witzige Facebook-Veranstaltung geschickt bekommen. Von einer sehr, sehr bekannten Schlagersängerin aus Österreich. Da hat das Marketing-Team aber volle Arbeit geleistet. Also, das ist Next Level. Melissa Naschenweng, sag dir was? Ja, ja, natürlich. Kommt aus meiner Heimat. Ja? Ist das keine Steirerin? Nee, ist eine Kärntnerin. Ich lese dir jetzt was vor. Als Highlight. Wir freuen uns, mitteilen zu dürfen, dass am 7. Juni 2025 das erste Sportler-Open-Air-Fest stattfinden wird. Als Highlight dürfen wir Melissa Naschenweng ankündigen. Im Rahmen ihrer Open-Air-Tour wird sie das einzige Konzert im Osten Österreichs geben und gleichzeitig ihr erstes Stadionkonzert ihrer Karriere feiern. Dieses Stadionkonzert, wo sie spielt, ist ein stinknormaler Bolzplatz auf einem Fußballfeld, wo sogar ich damals gespielt habe und Mitglied im Team war. Also, es ist ein stinknormaler Sportplatz. Das wurde wohl als Stadion-Tour angekündigt und das kam jetzt in den Pressetext. Also, das fand ich sehr, sehr witzig, dass da jetzt sicher einige gibt, die denken, geil, die spielten Stadion-Tour. Naja, aber sie spielten ja im Stadion, also von dem her. Also, ich spiel auf dem Sportplatz. Ich spiel auf dem Sportplatz, meiner Meinung nach. Aber ja, gut, das soll so sein. Wir haben neue politische Entwicklungen im Weltgeschehen gehabt. Wir haben in Amerika einen neuen Präsidenten. Wir haben in Deutschland die Regierung kurz vor der Sprengung, wenn du das mitbekommen hast. Was sagst du dazu, Mr. Trump und Lindner? Ja, es ist jetzt schwierig, sich zu äußern, sag ich mal so. Trump, sicher einige gute Aspekte, sicher auch viele negative Geschichten im Hintergrund. Also, es ist wirklich so ein Zwiespalt, sag ich mal so. Meiner Meinung nach, für Amerika ist er der bessere Mann als eine Kamala Harris. Ja, das denke ich auch, was das Volk betrifft. Weil bei einer Kamala Harris haben wir Debatten gehabt, wie viel Geschlechter wir haben. Diese ganze Vogue-Bubble muss da priorisiert werden, dass diese ganzen Minderheiten da alle Rechte der Welt bekommen, aber auf Kosten der eigenen Bevölkerung und der eigenen Sicherheit und des eigenen Wohlstandes. Das finde ich halt einfach nicht richtig. Das ist auch meine Meinung. Wir können uns über all diese Themen unterhalten und diskutieren. Das ist auch alles wichtig und richtig. Das ist kein Thema. Aber wir haben ganz andere Probleme, die vorrangig sind, finde ich. Und das sind eben Sachen wie der Wohlstand. Die Leute können sich nichts mehr leisten. Kauft ihr heute mal ein Haus, was früher gang und gäbe war. Das geht einfach nicht mehr. Und diesen Wohlstand will man zurückhaben. Für Europa und für die ganze andere Welt ist das natürlich nicht gut, dass ein Trump jetzt Präsident ist. Aber da bin ich wieder der Meinung, da müssen wir als Europa doch stark genug sein, nicht so abhängig zu sein von einem Trump und Co. Das heißt, wir müssen uns doch selbst irgendwie regulieren können und andere Märkte uns wieder öffnen. Und was ich auch sehr, sehr interessant gefunden habe, man hat jahrelang von dieser Ukraine-Krise gehört, dass das ein sehr, sehr langwieriger Krieg sein wird. Der wird so lange andauern, da ist kein Ende in Sicht. Jetzt wird Trump Präsident und du gehörst gefühlt jetzt nur noch einen Tag auf den anderen, wie der Krieg enden wird, wo sie sich zusammensetzen. Also irgendwas, finde ich, passt da vorne und hinten nicht, wie die Politik weltweit fungiert. Ja, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ja, ich bin gespannt. Also für die Wirtschaft, wie gesagt, für das eigene Volk sicher der bessere Präsident, für alles andere, mal sehen. Mal sehen, ja. Wir können es ja eh nicht beeinflussen, ja. Nee, absolut nicht. Ja, das Volk hat gewählt und... Akzeptiert werden, genau. Unser Volk hat nicht gewählt, muss aber trotzdem akzeptieren in der Diktatur DJ Talk Deluxe. Unsere Podcasts kommen ab jetzt immer um 0 Uhr online, schon seit zwei oder drei Folgen. Ist, glaube ich, niemandem aufgefallen, aber wollten wir einfach mal erwähnen. Das heißt, jetzt könnt ihr, falls ihr Nachtdienst habt oder so, schon ab Mitternacht unsere schönen Stimmen belauschen. Und Gesichter sehen mittlerweile. Fehlt noch so eine Pausenshow. So, weiß nicht, so ab. So eine Late-Night-Show mit uns beiden wäre doch geil, oder? So das neue Joko und Klaas, oder wie? Genau, genau. Das neue Joko und Klaas aus Österreich. Das wäre doch was, oder? Ich weiß nicht. Das sehe ich jetzt. Aber wir haben ein spannendes Kommentar auf eines unserer Videos auf Social Media bekommen. Ich glaube, das ist ein Thema, da können wir sicher mal drüber sprechen. Also das wollen wir auch drüber sprechen, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht konkret, welches du meinst, aber wir haben ganz, ganz viele Kommentare bekommen auf Social Media. Das Rüdiger-Video geht komplett durch die Decke, wie so auch immer. Keiner weiß, ich verstehe das heute nicht. Was ich halt witzig finde, da sind ja richtig Streitdiskussionen in den Kommentaren, zwischen irgendwelchen Parteien entstanden. Hast du das mal mitverfolgt und still erleset? Da dissen sich die Leute einfach durchgehend selber. Das verstehe ich nicht. Aber welches Kommentar meinst du? Ich spreche da ganz konkret das Thema mit Gäste aus dem Club rausspielen an. Ich wollte das jetzt einfach mal so vorwegnehmen, was unsere Meinung dazu ist einfach und was wir dazu sagen. Weil es gibt Teachers natürlich, die wissen, hey, ich habe um vier Feierabend. Wenn jetzt aber schon um halb vier nichts mehr los ist, dann dreht der Laden eh zu, weil es ist ja kein Gast mehr da. Warum sollte ich offen haben quasi? Stadl oder sonst irgendwo, hat eh noch weiterhin offen bis Sperrstunde. Und ich habe früher Feierabend. Und fangen dann halt konkret an, nicht alle, aber habe ich dennoch erlebt, fangen an, irgendwas zum Spielen, damit die Leute nach Hause gehen schon um halb drei quasi so in die Richtung. Ich meine, wenn man Resident ist, ist es wichtig zu wissen, wie lange der Club offen hat, weil man sich den Abend, so habe ich es gelernt, das klingt immer so, als wären wir jetzt dieser goldene Typ, der das bestimmt und so muss das sein. Nee, absolut. Tausend Wege, aber so habe ich es zum Beispiel gelernt und so war es für mich auch immer sehr legitim. Du baust dir den Abend auf. Du hast ein Vorprogramm, du hast ein Hauptprogramm, du hast mal eine Vollgasschiene, dann hast du mal wieder einen Break drinnen, wo du vielleicht ein bisschen langsamer wirst. Und dann beginnt die Aftershow in meinen Augen, wo du halt beginnst, diese Leute wieder von ihrem Pegel runterzuholen und gemütlich durch die Blume sagen, ihr könnt jetzt schon langsam nach Hause gehen. Es ist schon vier Uhr, wir machen um halb fünf zu oder wir machen um fünf zu. Das ist wichtig. Ich habe da letztens mit einem Betriebsleiter ein bisschen geplaudert, wo ich dem das auch so ein bisschen erklärt habe, weil der mich gefragt hat, es gibt DJs, die geben halt noch einfach Gas bis zur letzten Nummer und dann gibt es halt auch andere DJs, die es halt wirklich sehr, sehr gemütlich runterspielen. Wieso ist das so? Und meiner Meinung nach ist, wenn du jetzt zur letzten Nummer noch richtig Vollgas gibst, das ist eine komplett falsche Entwicklung in der Szene, weil die Leute bleiben halt einfach auf diesem Stimmungsniveau. Wenn du aber wirklich clever die letzte halbe Stunde, Stunde beginnst, runterzuspielen, aber jetzt nicht so auf auffällig, dass du jetzt wirklich irgendeinen Müll spielst, eine nach dem anderen, sondern halt coole Nummern, vielleicht noch ein bisschen tanzbarere Nummern, aber jetzt einfach vielleicht nicht mehr jedes zweite Wort oder jeden zweiten Track im Mikro moderieren mit Hände hoch, Sit down oder Moshpit oder keine Ahnung, sondern einfach die Leute cool nach Hause begleiten. Du hast viel weniger Stress an den Türen, du hast viel weniger Stress mit den Behörden, wenn es irgendwelche Sperrzeiten gibt, die einzuhalten sind. Also das Heimspielen ist schon sehr, sehr wichtig in meinen Augen. Naja, das richtige Heimspielen jetzt in dem Sinne, also so wie du gesagt hast, nicht einfach irgendwie komplett auffällig jetzt irgendwas spielen und den Laden leer spielen, dass die Leute denken, Bruder, was spielt der für einen Scheiß, sondern die Leute vom hohen Niveau quasi runterholen, so ein bisschen nach unten, Stück für Stück, immer weiter runter, sodass die eben so, wie du sagst, merken, okay, jetzt geht es langsam dem Ende zu und wir können aber trotzdem noch Spaß haben, wir können trotzdem noch singen, wir können trotzdem noch tanzen, aber es ist halt nicht mehr so auf Push, sondern quasi einfach so gemütlich. Gehen wir noch an die Bar, holen uns was zum Trinken, fertig. Genau, noch so einen gemütlichen Absacker machen quasi und dann, wenn Sperrstunde ist und die Lichter angehen, dann gehen wir halt raus. Und ich merke das auch einfach, dass dadurch, wenn du das eben so in diese Richtung machst, dass du die Leute langsam runterholst, die auch viel entspannter einfach wirklich sich rausbringen lassen, also da gibt es keine Diskussionen oder Sonstiges mit, hey, na, ich bestelle mir jetzt noch was oder lass mich in Ruhe und du hast mir gar nichts zu sagen oder ähnliche Diskussionen, wie es es halt oft schon gegeben hat, sondern die Leute wissen, okay, jetzt ist Sperrstunde, ich habe einen coolen Abend gehabt und jetzt gehe ich halt nach Hause. Das stimmt, ja, voll. Ich würde gerne auch noch auf ein anderes Kommentar eingehen, was wir generell auf die Kommentare, die wir so bekommen haben. Die Kommentare auf dem Video mit dem Gewinnspiel, dass das DJ-Budget nur 250 Euro sind, da haben wir auch sehr, sehr viele gute Kommentare bekommen. Da haben wir auf YouTube eins bekommen, das habe ich hier am Tablet gespeichert zum Beispiel, kurzen Moment, da schreibt der liebe... Jonathan, kein Plan, um was es hier geht. Also der Jonathan ist ein kompletter Random-Dude, der nichts mit der Musikszene zu tun hat, aber wie behindert klingt das, wenn man für DJ 250 Euro ausgeben will, der eigentlich das Leben in die Party bringt und den Club am Leben erhält, aber dann Geld, Regen und Kostümpreise das Budget ums Fünffache sprengen, was man lieber für einen DJ investieren kann. Dieses Kommentar fühle ich zu 100%. Absolut, nicht zu 100, zu 1.000. Ja, dann gab es, jetzt musst du ein bisschen kurz, unterhalte uns mal kurz, ich suche da noch ein paar Kommentare. Du hättest mich auch vorbereiten können, dass ich da noch den Pausenclown spielen soll. Ja, pass auf. Wir haben einen Kommentar bekommen, es ist auch definitiv so, dass man als DJ ganz anders motiviert ist, wenn man eine gute Gage bekommt, was sich dann auch wiederum aufs Publikum überträgt. Wie siehst du das? Grundsätzlich, ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert, sage ich. Grundsätzlich, ja, natürlich, stimmt das einerseits schon, andererseits aber, machst du dir die Gage mit dem Club, mit dem Veranstalter, wie auch immer, ja aus. Und wenn du dann das Booking annimmst, obwohl du mit der Gage nicht einverstanden bist, dann finde ich es halt irgendwo nicht ganz so richtig, das dann an deiner Motivation auszulassen und zu sagen, hey, ich bekomme dort zu wenig gezahlt und deswegen habe ich jetzt keine Lust, weil du hättest auch Nein sagen können im Endeffekt. Und das ist nämlich auch mein Zugang dazu, ob ich jetzt 1.000 Euro beim Booking verdiene oder 200 Euro bei einem Booking verdiene, meine Motivation, ist vielleicht bei den 1.000 Euro natürlich mehr, aber ich kann das nicht auf die Party oder auf den Gästen auslassen, weil ich habe ja dann trotzdem dieses 200 Euro Booking angenommen. Ich habe es selbst für mich entschieden, ja. Das war für mich okay, das heißt, ich bin dafür gebucht, wenn ich das annehme, dann muss ich meinen Job bringen. Ganz egal, ob es da jetzt 1.000, 100.000 oder nur 200 Euro gibt. Wir sind da wieder bei dem Thema, unterm Strich sind wir als DJs einfach nichts anderes als Dienstleister, sage ich jetzt mal so. Wir sind Nutten. DJs sind Nutten, Punkt. Ja, okay, ich sage gar nichts mehr dazu. Nächstes Kommentar. Ich freue mich auf den Social-Media-Clip. Vom lieben Gigadance, der war schon mal zu Gast bei uns. Wenn nicht solche Aktionen überhaupt ledig sind. Ich war damals in einem Club, die ein iPad verlost haben an den Besucher mit den meisten Followern. Gewonnen hat es aber jemand aus dem internen Team. Die Clubbesucher hatten nie die Chance, ihn zu gewinnen. Den Club gibt es auch nicht mehr. Das finde ich natürlich bodenlos, so Gewinnspiele, die eigentlich gar keine sind. Ja, macht man nicht. Ehrliche Gewinnspiele ziehen da immer am besten und irgendwann findet man den Bezug dazu und sieht, okay, hey, das war eine geschobene Partie, weil der ist da irgendwie angestellt oder sonst irgendwas. Das macht man nicht. Unterm Strich muss es so sein, wenn ich ein Gewinnspiel veranstalte, dann sind Mitarbeiter ausgeschlossen, Punkt aus. Selbst wenn der gerade frei hat oder sonst irgendwas, der ist da ausgeschlossen einfach. Und auch wenn es dieses klassische, ich nenne es Loseziehen ist, weißt du, du bekommst eine Losnummer und dann wird da irgendwas aus dem Lostoff gezogen und wenn du dir als Mitarbeiter halt, weiß ich nicht, 25 Lose gekauft hast, dann ist das dein Pech, aber du hast nichts verloren in der Verlosung. Richtig, definitiv. Es ist was für die Gäste und die Gäste sollen ja davon was haben, für die mache ich ja die Verlosung unterm Strich. So ist es. Dann haben wir ein cooles Kommentar von Günther bekommen. Wahre Worte und nicht wohl dann, dass der DJ die Bude leer spielt. Ich kenne Fälle, wo DJs absichtlich ab 3 Uhr zusperren, weil sie eh nur so wenig kriegen und sie selbst sagen, warum sollte ich mir die Mühe machen? Da ist auch mein Zugang dazu. Das verschneidet sich jetzt ein bisschen mit deinem Punkt. Das ist natürlich komplett unprofessionell, weil man hat als DJ trotzdem dieser Gage zugestimmt. Das heißt, du musst einfach deinen Job bringen. Ganz gleich, wie viel du dafür bekommst. So ist es. So ist es. Ja, wie schon erwähnt, dann darfst du das Booking nicht annehmen und musst halt zu Hause bleiben oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, besser behandeln oder was auch immer. Aber dann darfst du das Booking nicht annehmen, weil, wie gesagt, wir sind Dienstleister und müssen professionell arbeiten. Sonst leidet ja die ganze Branche darunter. So wie in jedem Bereich. Das ist ja überall dasselbe. Was hast du noch für Themen heute mitgenommen? Gar nicht. Nein. Ich hätte eine vielleicht spannende Frage für gerade Newcomer-DJs. und zwar, wie finde ich quasi meinen Stil, meinen eigenen Stil, mit dem ich mich quasi auch abheben kann von der Masse? Ja, wie kann man sich als DJ seinen eigenen Stil finden und sich von der Masse abheben? So, das ist die Frage, die ich mir so ein bisschen notiert habe. Und da würde mich jetzt halt auch deine Meinung interessieren. Was Einfacheres wäre dir nicht eingefallen? Was? Was Einfacheres wäre dir nicht eingefallen? Warum? Das ist eine bodenlose Frage. Keine Ahnung. Ich sage, wie es ist. Bei mir hat sich, also was wichtig ist als Betreiber, wenn du jetzt ein Veranstalter bist und du buchst einen DJ, ganz gleich wie der heißt, ganz gleich wer das ist, in welchem Budget, du musst wissen, was dich erwartet, wenn du den DJ buchst. Ich behaupte jetzt mal ganz frech von mir, wenn man mich bucht als Golemo, weiß man, was man bekommt. Da ist es egal, ob man mich in Bregenz bucht, ob man mich in Burgenland bucht oder bei euch in Kärnten. Wenn man einen Dirty Damn bucht, weiß man auch, wenn man sich damit beschäftigt, was man bekommt. Welche Richtung, was man machen kann, in welche Richtung die Party gehen wird. Das ist so. Aber, dass ich da jetzt sage, hey, ich habe da jetzt meinen eigenen Stil entwickelt, habe ich ja für mich eigentlich gar nicht. Weil ich bin weder irgendwie ein großartiger Produzent, der da jetzt irgendwelche Statements setzt mit seinen Nummern oder irgendwie einen Hype kreiert. Ich spiele ja fremde Nummern, fremde Musik. Ich habe zwar meine eigenen Remixer, ja, aber die sind bei Gott nicht so bekannt wie in David Guetta. Wird es auch nie sein. Ist so. Aber ich muss halt einen Stil finden. Bei mir hat sich das einfach so entwickelt über die Jahre. Ich war halt jedes Wochenende unterwegs, habe mir zig DJs, zig Acts, zig Künstler angehört und habe mir da immer so ein bisschen das Beste so ein bisschen rausgeklaupt. Sowohl mit der Moderation, wie moderieren die? Wie spielen die? Wie machen die Übergänge? Bei dir zum Beispiel habe ich mir den einen oder anderen Übergang abgeschaut. Und da versuche ich dann so ein bisschen meinen Touch hineinzubringen. Mittlerweile hat man es ja recht einfach, weil sehr, sehr viele sehr, sehr gleich klingt. Das heißt, du bist als DJ sehr schnell ein bisschen abgehoben von der Musik her, jetzt nicht von der Persönlichkeit her. Du hebst dich halt ein bisschen ab. Wenn du vielleicht mal einen anderen Remix von einer Nummer spielst, die jeder spielt oder halt mal einen anderen Style probierst und jetzt nicht einfach, weil Drum & Bass gerade im Hype ist, du selber feierst das zwar gar nicht, aber denkst dir einfach, um in dem Hype zu sein, spielst du jetzt mal eine Stunde Drum & Bass only. War nie mein Zugang. Natürlich funktioniert auch, wenn das die Leute feiern, wenn sie es akzeptieren, alles cool, aber so wirst du dich meiner Meinung nach nie abheben. Aber ob es da jetzt irgendwie ein Geheimnis gibt, wie das geht, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Nee, Geheimnis gibt sicher keines. Also auf der einen Seite, du musst halt natürlich, wenn du jetzt einen Stil unter Anführungszeichen finden willst, du hast ja selber irgendwie ein Genre, was du ja sehr gerne privat auch hörst und was du fühlst, was du feierst, sei es jetzt Hip-Hop, sei es House, sei es was auch immer, völlig wurscht, von der Bass von mir aus. Bei mir ist es da, grätsche ich noch kurz rein, ich bin sehr rocklastig. Ich habe früher sehr, sehr viel Rock, so dieses alte Bon Jovi, Nickelback, Zeug, Green Day, wie auch immer, Linkin Park und versuche dann diese Nummern so original wie möglich, aber auch so klubtauglich wie möglich einzubauen in meinem Set. Ich war nie der Freund davon, dass ich jetzt ein Thema nehme, das kennt jeder, also irgendwie eine Linkin Park Nummer, die lasse ich dann irgendwie ein, zwei Strophen original singen, dann kommt irgendein komplett wilder, harter Drop, der dann alles abreißt, aber eigentlich gar nicht zum Lead passt. Da verzichte ich lieber auf diesen Drop und spiele eine andere Version davon, die halt vielleicht zur Nummer passt, das Party Level vielleicht jetzt nicht auf 220 Prozent anhebt, sondern halt nur auf 95 Prozent hebt. Die Leute feiern es, die Leute gehen darauf ein. Die Normalos können auch was damit anfangen. Der schlimmste Heavy Metal Fan wird jetzt vielleicht nicht gerade die Metallflasche, die Glasflasche nach dir werfen, weil du die Nummer verunstaltest. So versuche ich das halt immer. Ja, ist auch absolut richtig. Also wie gesagt, einfach, ich sage einfach durchprobieren im Endeffekt. Natürlich kann man sich auf ein Genre fokussieren und sagen, okay, das ist mein Main-Genre, da will ich irgendwie mal was erreichen. Wenn ich aber trotzdem viel spielen möchte, gerade am Anfang, dann wird es in die Resident-Geschichte gehen, also in die Richtung und da muss ich halt einfach wissen, ich muss für die breite Masse spielen und kann dazwischen mal, wenn es passt, wenn die Stimmung dafür da ist und ich das gut verkaufen kann, mal mein Main-Genre quasi so ein kurzes Set reinbringen, auf gut Deutsch gesagt und unterm Strich ja ausprobieren und schauen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Aber halt eben, so wie du auch gesagt hast, wichtig sich irgendwo selbst und einfach treu zu bleiben und nur weil jetzt was im Hype ist, nicht das jetzt komplett mitnehmen, wenn ich es nicht fühle, weil wenn ich es nicht fühle, kann ich es nicht verkaufen, bei dir zum Beispiel eben das Thema Drum'n'Bass, du spielst halt vielleicht die ein oder andere Nummer, die du selber irgendwo cool findest, aber du würdest jetzt nicht auf die Idee kommen, da so irgendwie ein 90-Minuten-Set Drum'n'Bass zu spielen im Endeffekt, weil du die Musik einfach nicht feierst und fühlst. Es wäre auch total unfair, den Drum'n'Bass-Digres gegenüber, die das halt wirklich können und perfektionieren. Was habe ich da dann verloren, weißt du, das ist... Ja, wir waren eh auf einer Veranstaltung gemeinsam, wo einer quasi so ein Kollege mit uns mitgespielt hat und dann halt sein Drum'n'Bass-Set einfach eingebaut hat. Wir sind daneben gestanden und haben uns gedacht, Bruder, was macht der? Aber nicht negativ. Nee, absolut nicht. Wir waren... Wir haben so gut verkaufen können, dass technisch, mixtechnisch da mit vier Tracks gleichzeitig arbeiten... Eins plus mit Sternchen, also da gibt es keine Diskussion. Aber es ist halt nicht uns, die Musik. Ja, ist ja auch okay. Wie gesagt, das muss respektiert werden. Wenn es die Party unten hergibt und akzeptiert, go for it. Absolut. Es gibt auch genug Leute, die unsere Musik dann scheiße finden. Genau, so ist es. Und deswegen, also am besten durchprobieren und auch durchprobieren, was bist du für ein Typ-DJ da? Der eine ist halt mehr für eine Hochzeit oder eine Firmenfeier, der andere ist für einen normalen Resident-Club-Abend und der Nächste setzt sich auch viel mit Produktion und Ähnlichem auseinander und geht halt seine eigene Richtung und fangt dann an, sich in seinem Lieblings-Genre quasi zu positionieren und so weiter. Also auch sowas gibt es. Weil der Markt ist ja da. Was vielleicht auch hilft, gerade was ich so mitbekomme bei Social Media, viele, ich unterstelle jetzt mal ganz, ganz vielen, dass sie viele Bookings gar nicht annehmen, würden sie gern spielen, passt aber zu ihrem Style nicht, weil was denken dann die anderen DJs, wenn ich jetzt in so einer Stadel-Disco zum Beispiel spiele? Hey, scheiß drauf, was die anderen denken. Ganz ehrlich, du musst ja nicht gerade eine Story machen, wie du jetzt die heftigste Ballermann-Nummer spielst, mit der du dich gar nicht identifizieren kannst. Du bist Dienstleister, du bist Resident-DJ, du bist dafür da, den Club voll zu machen und den Club zum Feiern zu bringen. Mit welchen Nummern das ist, das ist jetzt in erster Liedertür überlassen. Es muss aber schon zum Club-Konzept passen. Es würde nicht passen, wenn man jetzt mich zum Beispiel als Golebo in ein komplettes Party-Stadel, wo das Zielpublikum 60 plus ist, hinzustellen. Da bin ich verloren, das macht ja keinen Sinn. Absolut. Würde ich auch nicht machen. Ist das gleiche wie das Thema Hochzeiten bei mir. Ich habe eben, wie gesagt, zwei Hochzeiten angenommen, aber nur, weil es davor wirklich klärende Gespräche gegeben hat und ich gesehen habe, okay, hey, das passt genau zu dem, was ich spiele. Aber so muss beim Club auch sein. So muss beim Club auch sein. Du besprichst dich, bevor du das Booking ausmachst als Resident, hey, was erwartest du dir? Hörst du vielleicht sogar mal einen DJ an, der dort viel spielt und dann kannst du es ja abwägen, hey, passt das, passt das nicht. Ich habe da dazu ein Video von W&W gesehen am Parukaville. Das ist auf YouTube, das ist jetzt vielleicht auch schon zwei, drei Monate alt, aber die Jungs von W&W fahren eine komplett eigene Schiene und hier geht es darum, sich abzuheben. Die bleiben ihrem Big Room Style sowas von treu. Die spielen die Big Room Nummern, die machen neue Big Room Nummern und wenn du dir die Kommentare durchliest, haben die mit Abstand vom ganzen Parukaville, vom Lineup, die besten Bewertungen und da geht es genau darum, hey, ihr bucht W&W, ihr seid W&W, wir als Gäste unten wissen, was uns erwartet, weil wenn du jetzt einen Timmy Trumpet buchst, was bekommst du? Früher wusstest du, du bekommst die Trompete, du bekommst den richtig fetten EDM Style, du bekommst vielleicht mal dazu eine Psytrance Nummer, aber heute bekommst du eine halbe Stunde Drum & Bass, dann bekommst du Abtempo, dann bekommst du vielleicht eine Hausige Nummer, dann bekommst du dazwischen mal eine Tech House Nummer, dann bekommst du zwei EDM Nummern, du hast jetzt mittlerweile irgendwie, verliert sich das total? Bin ich voll bei dir, also gerade so Künstler, wo du gewusst hast, Ewigkeiten gewusst hast, okay, hey, der kommt und jetzt passiert genau das und das und das und ich weiß und ich freue mich auf diese Nummer und ich hoffe, er hat sie im Set eingebaut und da eskalieren alle und weiß nicht was. Ich sage jetzt nur Spaceman von Hardwell, also ich bin am Ultra gestanden, Hardwell hat das Closing gespielt vom Ultra und auf einmal ist Spaceman gekommen und die Leute sind durchgedreht, einfach weil es diese absolute Bringernummer gewesen ist zu dem Zeitpunkt und jeder hat sich gefreut und ist komplett abgegangen und ich muss auch sagen, der jetzige Stil, ich finde es schade, dass er die Richtung gewechselt hat, ehrlich gesagt und genau das ist das, was ich jetzt meine, also so wie du sagst, WW ist seinem Stil treu geblieben seit ewig im Endeffekt und auch wenn Big Room eigentlich so aus der Clubszene und Co. komplett verschwindet im Moment, also gibt es eigentlich gefühlt gar nicht mehr, es funktioniert auch nicht mehr, es funktioniert auch absolut nicht, spielen die es trotzdem im Endeffekt, produzieren es trotzdem, werden gebucht dafür und die Leute feiern es und eskalieren. Und das ist halt das Coole, wenn du jetzt ein Club bist, der XY-DJs bucht und halt seine normalen Clubszene hat, das ist auch alles cool, die haben ihre normalen Faden, jetzt buchst du mal einen Act wie W&W und du merkst an den Gästen, die wissen, was sie erwartet, die wissen, was kommt und du merkst auch, dass du damit neue Gäste erreichst. Das ist halt was, wo sich gerade viele verlieren in meinen Augen, weil halt eben jeder versucht, auf gewisse Hypes aufzuspringen, gewisse Social-Media-Hypes mitzunehmen, weiß ich nicht. Ist natürlich alles legitim. Genauso legitim finde ich es von Netflix, dass Ende Dezember zu Silvester kommt eine neue Avicii-Doku, wenn du das mitbekommen hast. Ja, habe ich mitbekommen. Ich bin ein riesen Avicii-Fan, aber das klingt jetzt assi, aber meiner Meinung nach, lass den doch in Ruhe. Muss da jetzt wieder eine neue Doku kommen? Muss da jetzt wieder vielleicht ein neues Album kommen? Muss da jetzt wieder seine letzte Show vom Ushuaya gezeigt werden? Weiß ich nicht. Irgendwann kann man es auch gut sein lassen oder soll man es auch gut sein lassen? Weil es was anderes wäre, wenn Avicii jetzt noch da wäre und die Bühnen weiterhin persönlich erobert und er dann eine Doku gibt mit der Musik, die er geprägt hat oder auch die Künstler, die er geprägt hat. Ganz was anderes. Also mega. Aber jetzt in dem Sinne, irgendwann soll es auch gut sein und da soll man die Personen oder die Personen unterm Strich auch ruhen lassen. Definitiv, ja. Die Musik lebt weiter, er lebt durch die Musik weiter und das soll man am besten so hinnehmen. Also im Endeffekt sehe ich das jetzt, muss ich sagen, eher in die Richtung Marketinggeld verdienen und noch die Sense ausholen. Also Sie haben es wieder geschafft, ich werde es mir anschauen. Konsumopfer halt. Wir sind es ja alle. Wir sind es ja alle. Wir sind ja alle gleich unterm Strich. Machen wir einen Heartbreak. Es ist noch was passiert die letzten Tage und Wochen. Ist auch sowas von an mir vorbei gegangen. Die DJ Mac 100 Verlosung. Really? Ja. Weißt du, wer Nummer 1 ist? Nein, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ich habe nicht mitbekommen, dass es gewotet wird. Martin Garrix ist wieder Nummer 1. Okay. David Guetta ist 2. Der ist jetzt nicht mehr der Erste. Und ich habe jetzt so ein paar, ich habe jetzt die Liste von... War Martin Garrix nicht letztes Jahr auch auf 1? Der war Dritter. Ja? Ja. Guetta war Erster, Dimitri Vegas vielleicht Mike Zweiter und Garrix Dritter. Sowas. Okay, okay. Ich habe jetzt die Liste offen in den Top 100. Ich kenne ganz viele nicht. Wer ist Peggy Gou? G-O-U. Peggy Drew. Peggy Yu. Noch nie gehört. Sie ist über Hardwell. Hardwell ist 11, sie ist 10. Dann hast du Anima. Sagt mir auch nichts. 17. W&W 21. Black Coffee 24. Dann gibt es Jamie Jones. Sagt mir nichts. Fred Again 28. Fred Again wäre für mich ganz weit oben gewesen. Der wäre in den Top 10 in meinen Augen. Wen finde ich da noch? Gordo kennt man, ja. Indira Paganotto. Paganotto, Paganotto. Wie auch immer. Er ist in den Top 50. Dann gibt es DJs wie Giuseppe Ottaviani. 98. Keine Ahnung. Also sehr, sehr viele. Wahnsinn. Meiner Meinung nach verliert die DJ-Mag auch langsam total an Bedeutung. Ja. Es ist halt... Ich denke mir halt, dass es gerade im Asien- und Amerika-Raum, das ist ja so ein großer Markt, da wird es ganz, ganz viele Veranstalter gehen. Die machen es wie ich, die nehmen ihr Tablet raus, suchen sich die Top 100 und fragen einfach mal alle blind an und nehmen dann wem von denen. Ja, safe. Safe. Aber da sind Namen dabei, die habe ich noch nie gehört. Schau dir mal nach dem Podcast so die Top 100 an. Da bin ich gespannt. Schreib mir dann, was du da so findest. Safe. Ich habe auf TikTok was Wildes gefunden. Wenn du... Kennst du... Ja, das kennst du sicher. Fien. Ja. Fühlst du die Nummer? Ja, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, wenn ich ehrlich bin. Danke, ich auch nicht. Da hat sich jetzt so ein Trend in den Schulen entwickelt, dass die ganzen Schüler ihre Lehrer filmen, wie die Lehrer Fien singen. Also singen. Sie stehen halt da und sagen Fien, Fien, Fien. Wow. Und das geht durch die Decke. Also da haben Videos Millionen Klicks auf einmal deswegen. Oh, das war's. Komplett. Und ich habe ein neues Hobby für uns gefunden, lieber Daniel. Die Deutschen haben was entwickelt. Es nennt sich Hobbyhousing. Kennst du das? Hat das jetzt was mit Pferden zu tun, oder was? Indirekt, sagen wir so. Kennst du diese Kinderspielzeuge? Dieser Stock, wo ein Pferdekopf drauf ist? Ja. Auf denen reitet man halt beim Hobbyhousing und macht halt irgendwelche Galoppschritte als Mensch und springt über irgendwelche Hindernisse halt immer mit diesem Pferdestock da dazu. Die galoppieren da richtig. Das ist eine WM geworden in Deutschland. Ich sehe das jetzt so. Es tut mir auch leid. Aber für alle, die sich kein Pferd leisten können, die kaufen sich jetzt sowas. Also das hat's geil beworben. Und da gibt's auch einen Kommentar. Ich renne demnächst mit einem Lenkrad in der Hand im Kreisverkehr herum und meinst Hobby racen. Wie geil. Also ich hätte mir gedacht, dass wir zu 24 mit fliegenden Autos herumfliegen werden, aber nee, wir reiten auf irgendwelchen Stöcken herum und gehen ins Hobbyhousing. Wie geil. Ja, wild. Sehr, sehr wild. Ich zeige dir dann ein Video. Ich habe das wie gesagt bodenlos. Bodenlos ist auch Kai Pflaume. Im positiven Sinne. Der hat ja einen sehr, sehr geilen YouTube-Channel. Die Ehrenpflaume, wenn du den kennst. Ja, ja, ja. Hat sich neulich mit Chiago getroffen. Das kenne ich noch nicht. Hat er so einen Tag mit Chiago verbracht. Und man muss halt sagen, Chiago ist ein tiefentspannter Künstler. Hat sich eine neue Wohnung gekauft. Und dann kommen die halt so zum Reden. Und ja, ich habe jetzt da so eine neue Wohnung. Ich glaube, in Berlin war das. Und dann sagt halt so der Kai Pflaume, ja, dann zeige uns doch mal deine Villa und so. Und hey, das ist eine stinknormale Wohnung. Der hat irgendwie 60, 70 Quadratmeter. Ganz, ganz entspannt. Und Chiago sagt so, ja, nee, da können wir gerade nicht hin, weil ich habe kein Warmwasser da. Sagt er, wieso? Ja, da ist halt irgendeine Leitung unten kaputt unter einem Armaturenbrett. Ich habe davon aber keine Ahnung. Und dann meint Kai Pflaume, ich repariere dir das. Sagt er, wie? Ja, komm, lass uns zu dir. Schau mir das an. Und dann fahren die halt wirklich ungeplant in die Wohnung von Chiago. Und du siehst, wie der halt hinten am Smartphone herumsitzt und der Kai Pflaume so im Abfluss drinnen hängt und ihm dann so das Warmwasser repariert. Und er hat es geschafft. wortwörtlich Ehrenpflaume. Das war eine Ehrenpflaume-Aktion. Sehr, sehr geil. Mega. Ja. Aber ich habe jetzt noch vor kurzem ein Video gesehen. Kaschmir war ja bekannt jetzt bei den letzten Shows auch im letzten Jahr und so weiter für seine Mega-Visuals mit den Storys und so weiter. Und und Kai-Go macht ja gerade seine Tour oder hat sie vielleicht auch schon beendet, aber da sind jetzt so ein paar Videos rausgekommen. Also rausgekommen. Ich habe es jetzt endlich gesehen. Und Bruder, der hatte Visuals. Das war mega geil. Also der hat so ein riesen das war ja nicht mehr Auflegen, das war ja wirklich Konzert im Endeffekt. Also genau sein Stil, wie er es halt macht. Auch mit Live-Künstlern und Live-Musik zwischendrin und so. Und dann sind da einfach mal so Visuals so in 3D-Animation. So ein Panda-Bear, der halt dazu so den Drums quasi klopft. Genau im Takt. Mega geil. Das ist geil. So was Ich habe das richtig gefühlt. Ich habe das richtig gefühlt. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ob das in Wien auch so gewesen ist. Ich glaube, der war Bei Caigo. Ja, der hätte ja jetzt hätte er in Wien sein sollen oder kommt er erst nach Wien? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Keine Ahnung. Aber das ist ja auch ein riesen Aufwand so eine Produktion. Brutal. Kostet ja auch einen Haufen. Allein sein DJ-Pult ist einfach so ein Raumschiff. Ich habe so einen Megakreis einfach und da ist in der Mitte so ein DJ-Pult halt und links und rechts einfach alles Instrumente. Pass auf. Jetzt habe ich ein Thema, wo wir lange diskutieren können. Schulbälle von Schülern. Das sind heutzutage keine Schulbälle mehr. Das sind Festivals. Wie geht das? Das hat sich so krank entwickelt. Wie fucking geht das? Ich weiß noch damals, wie wir mit Schulbällen angefangen haben an meiner Zeit. Da hast du keine 200 Euro Budget gehabt für die ganze Technik mit DJ. Heute ist das Geld überhaupt kein Thema mehr. Da steht Technik und Produktion im Wert von sechsstelligen Bereichen. Es ist wirklich brutal. Also gerade in Wien muss ich sagen, die Schulbälle gibt es ja auch den großen Schulbälle. Ich glaube der Wiener Schulball oder so irgendwie heißt der. Was die auf die Beine stellen, das ist abnormal. Das muss ich halt wirklich sagen. Ja, wirklich Festival-like. Ich kann mich an die Schulball-Zeit erinnern. Da hattest du noch so da war da war zum Biertisch und fertig. Nee, gar nicht mal so. Aber da war LateWall ganz, ganz weit entfernt und du hattest so Leinwände mit Beamern und da konntest du noch so SMS-Texte schicken quasi, die dann auf der Leinwand angezeigt worden sind. Kennst du das? Nee, das kann ich nicht. Das war halt mega lustig, weil da stand nur Scheiße oben. Okay. Das heißt, du hast als Schüler irgendwas draufschreiben können, das war dann auf der Leinwand? da gab es so, ging das über SMS-AT oder ich weiß nicht, also irgendwas in die Richtung. Ebenfalls, da waren halt links und rechts von der Bühne zwei normale Leinwände mit einem Beamer ganz simpel und da konntest du eine SMS hinschicken und da war das im Chatverlauf eine Nachricht unter der anderen und vorne steht halt nur irgendein Name, David, Peter, Hanna oder so. Hast du dann selber auswuchen dürfen oder wie? Den Namen? Ja, ich glaube, das ging deswegen, weil es über SMS-AT gegangen ist oder so, irgendwie in diesem Stil, keine Ahnung, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie genau es funktioniert hat, aber so hat das dann funktioniert, das war mega lustig. Ich habe jetzt eine Story gesehen von Kollegen, die in Oberösterreich auf einem Schulball gespielt haben, Alter, das war eine Bühne, die war so groß wie ein Club, da haben sie auf der DJ-Bühne vorne vier CD-Player gehabt mit einer fetten Line-Array-Anlage, gefühlt 18 Sub-Huver dort drinnen hängen und du hast vor der DJ, vom DJ-Pult so eine Bühne gehabt, wo du, so einen Steg gehabt, wo du entlang gehen kannst, wie sie so Sänger haben bei Konzerten. Wie crazy ist das? Es ist krank, es ist wirklich geisteskrank. Wie finanziert sich das? Das kann ja kein Elf Sponsoring. Ja, aber was für ein Sponsoring? Ja, die suchen sich halt alle Unternehmen, die was dazugeben. Ja, aber so viel kannst du ja gar nicht an Sponsoring reinbekommen in so einer Technik. Weiß ich nicht, also ich weiß nur, ja, ich weiß es, ich kann es jetzt nicht so genau sagen, aber es funktioniert halt genau so mit Werbeflächen, die sie halt verkaufen unterm Strich. Du hast verschiedene Werbeflächen, die Eintrittskarten, Social Media Postings, werden vielleicht auch noch eigene Videos dazu gemacht, dann hat es ja meistens, oder gibt es meistens zwei Bereiche beim Schulball, halt den offiziellen Schulball quasi, den klassischen, sagen wir mal so, und dann halt die Disco oder wie auch immer, und dort gibt es halt Screens, da sind dann die ganze Zeit die Sponsorenlogos drauf und Fernseher und schieß mich tot im Foyer auf den Fernsehern und Plakate und alles mögliche, also funktioniert relativ viel darüber, dass Werbeflächen quasi verkauft werden und je nach Werbefläche oder Paket, da werden auch oft Pakete geschnürt, kostet das halt Summe X. Das ist ja ein richtiges Ding dahinter. Ich kenne einen Kollegen, der war sogar medial bei RTL ein bisschen in Diskussion, weil auch so eine Jugendgruppe, also so eine Schülergruppe, so ein Schülerverein wollte ein Booking machen, ein größeres Booking, war dann final doch wohl zu teuer oder sind da irgendwelche Auflagen nicht erfüllt worden, keine Ahnung. Und dann ging diese arme Schulgruppe vor Gericht und vor Medien und haben das dann natürlich medial dann groß gemacht, weil gewisse, ich glaube irgendwelche vertraglichen Vereinbarungen sind da nicht eingehalten worden, daraufhin kam dann eine Klage, wie auch immer, ist jetzt egal, ist schon lange her, aber das hat dann riesen Wellen geschlagen, wo dann auch ein Anwalt auch meinte, ganz ehrlich, das ist ja jetzt kein Schulball mehr, von dem wir reden, diese Produktion, die ihr da aufbaut, das ist ein richtiges Event, das ist ein Festival, und das Gefährliche, wo es jetzt hier auch ein bisschen ernster wird, du hast als Schulball ganz andere Auflagen als eine richtige Veranstaltung in dem Fall. Ja, klar. Thema Security, Thema Sicherheit, Thema Fluchtwege, das ist, du hast am Schulball gefühlt mehr Leute als bei einer Veranstaltung, also einem richtigen Event unter Anführungszeichen, aber viel lockerere Regeln, du kannst das einfach viel einfacher machen, das ist halt schon eine wilde Story. Na ja, auch Thema Jugendschutz und so weiter ist auch so ein Punkt im Endeffekt, weil durch das, dass es ein Schulball ist und halt der Maturante oder was auch immer ja vielleicht ein jüngeres Geschwisterchen hat, kann das ja auch mit zwölf schon rein oder mit dreizehn, weiß nicht, auf dem Schulball und kann sich ja dort frei bewegen. Das muss ja kontrolliert werden, aber Ja, mit Bändern kannst du es ja noch machen, anders geht es ja nicht. Ich hätte noch abschließend ein kleines Thema, wenn du nichts mehr hast. Nee. Nee. Nichts, was der Rede wert wird. Wir haben jetzt schon seit ein paar Jahren das Nichtrauchergesetz in Österreich. Ja, ja. Wie siehst du das jetzt nachträglich? Hast du da irgendwelche Vorteile erkannt für dich? Nachteile? Ist es dir wurscht? Und du, ich sage, wie das Gesetz kommen ist, war ja viel Diskussion, viel Wind drum und das Ganze und da hast du es auch wirklich gespürt, sagen wir mal so, du hast auf der Tanzfläche halt immer wieder Löcherbildung gehabt, in dem nämlich Gruppen halt rauchen gegangen sind. Und dann ist halt die eine Gruppe weg, die andere ist Nachkommen und dann zwischendurch war halt ein bisschen größeres Loch, weil gerade beide Gruppen rauchen, so übertrieben gesagt. Anfang war es relativ teilweise wirklich mühsam, gerade wenn es wenn der Laden etwas kleiner gewesen ist und die Gruppe doch etwas größer gewesen ist, die halt rauchen gegangen ist, da hast du es brutal mitbekommen. Inzwischen gehe ich damit brutal locker um, also es freut mich ehrlich gesagt sogar, weil du einfach nicht nach Aschenbecher stinkst, wenn du nach Hause kommst. Du musst nicht gefühlt, also ich als Nichtrauer bin sowieso, ich mag den Geruch einfach nicht und das war ja früher wirklich also brutal, du bist wie wie ein Aschenbecher hast du gerochen im Endeffekt und du hattest es halt dann auch überall im Haus. Gerade wenn es ein Nichtraucherhaushalt ist, ist das halt noch mehr aufgefallen. Das heißt, du musstest im Endeffekt die Wäsche direkt in die Waschmaschine rein und direkt anstellen, sonst hast du den Geruch halt länger wahrgenommen. Seitdem das halt nicht mehr so ist, finde ich das relativ cool und relativ entspannt und auch die Leute haben sich dran relativ gewöhnt. Viele Diskotheken haben das relativ geschickt auch umgesetzt, dass sie direkt die Leute nicht ganz rausschicken, sondern neben so einen Notausgang versetzt haben und dort so eine kleine Raucher-Area eingerichtet haben. Das heißt, die sind eigentlich neben dem Club und dann bekommen sie auch das Geschehen von innen relativ gut mit, weil du hörst das direkt. Es ist so eine Schiebetür dazwischen und ja, also du kannst trotzdem auch den einen oder anderen begeistern und der dann zurückkommt. Was ich halt, ja, da kommt es dann auch immer auf die Betreibersicht an und wie das gehandhabt werden soll, politisch betrachtet jetzt, es gibt halt trotzdem immer mehr Leute, denen es einfach wurscht ist und die halt im Club bei Verbrauchen. Davon distanzieren wir uns natürlich und wir erlangen, so weit es geht, die Leute. Ja, eh, also, ich auch. Mach ich aber wirklich, weil, nee, ich auch, also, ich hole da meistens auch einfach, oder ich funke die Security her, wenn ich jetzt nicht in greifbarer Nähe bin, so sage ich ihm halt selber auch oft was, sag ich, du, hey, nichts funkt, aber das ist nicht Traucherlokal, also, kannst erstens rausfliegen und zweitens bekommt der Club eine Strafe, geh doch bitte einfach vor die Tür, das ist, hast du sieben Schritte zum Gehen, geh doch einfach dorthin oder ich hole halt einfach ganz simpel die Security und lass die das regeln, weil dafür sind sie auch unterm Strich da, aber, ja, ich finde es gut. Ist es ein bisschen anders, ich bin da immer noch so ein bisschen negativ gestimmt, klar, diesen Punkt, dass man nicht mehr stinkt, gebe ich dir zu 100%, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt einen bummvollen Laden hast, wo der Schweiß förmlich von der Decke tropft und du stinkst nach Schweiß und dann schüttest du dich vielleicht mit einem Getränk an, stinkst du genauso. Das Gewand muss, das Gewand muss jedes Mal nach dem Fortgehen in die Waschmaschine. Natürlich. Das heißt, dieser Rauch am Gewand, ja, ist ungut, aber hey, du haust das T-Shirt einmal in die Waschmaschine und das ist weg, das stinkt nicht mehr. Was ich merke oder was ich nicht cool finde, du hast ein Jahr vorher gefühlt die Weisung bekommen, du brauchst einen Raucherbereich Indoor. Da haben sehr, sehr, alle Clubs eigentlich umbauen müssen, um teilweise sehr teures Geld, Ablüftungen, Ventilatoren, bauliche Maßnahmen machen, einfach, dass diese Leute einen Bereich zum Rauchen haben. Nicht nur Clubs, sondern generell alle Lokale. Genau. Jetzt denke ich mir, das ist doch die perfekte Lösung. Wenn ich jetzt als Nichtraucher, ich bin auch Nichtraucher, beim Essen brauche ich keine Zigaretten. Ja, dann setze ich mich nicht in den Raucherbereich, dann setze ich mich in den Nichtraucherbereich. Wenn ich ein Typ bin, dem das komplett egal ist und diese Leute gibt es, die gibt es zuhauf, hey, dann setz dich zu deinen Rauchern, dann kannst du auch rauchen während dem Essen, alles cool. Jeder kann sich aussuchen, wo er hin will. Jetzt gehst du aber her, nachdem diese Umbauten waren, nachdem sich viele verschuldet haben dafür, auch teilweise sehr, sehr teuer, du kippst das komplett. Diese ganzen Umbaumaßnahmen waren für den Hugo auf gut Deutsch. Die waren wertlos, weil du darfst jetzt nirgendwo mehr rauchen. Die Shisha-Bars sind komplett ruiniert dadurch. Da darfst du nur noch im Gastgarten rauchen. Mach das mal im Winter. Dann hast du im Club, und da beginnt das größte Problem in meinen Augen. Du hast diese Löcher angesprochen. Diese Leute kommen und gehen. Du merkst als DJ mittlerweile echt, dass diese Leute, die rauchen, sind jetzt zum Beispiel in der Primetime. Du gibst gerade Vollschub, du hast die coole Party, die Leute sind motiviert, die Leute sind auf einem High. Kommt einer von der 20er Gruppe, oder 10 Freunde, oder 5er Gruppe, ist doch egal, kommt auf die Idee, gehen wir eine rauchen. Dann stellen die sich raus, und es geht ja nie einer alleine rauchen, es geht immer jemand mit. Meistens gehen ja auch diese Nichtraucher mit und stellen sich einfach dazu und plaudern mit denen, was ja legitim ist. So, der spaziert jetzt von der Tanzfläche nach draußen, so um 1,5, 2, lass es 2 sein, steht 5 Minuten, 10 Minuten draußen, raucht die ein oder andere Zigarette und ist komplett unten vom Partylevel. Das heißt, der ist schon wieder so auf, ich bin jetzt so richtig gechillt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, schaut auf die Uhr, es ist 2, es ist halb 3, wie spät auch immer, geht zurück in die Disco, kommt in die Disco, du als DJ bist natürlich voll im Hauptprogramm, du schiebst da voll an, die Stimmung ist im Keller, für den, der rauchen war, der braucht mal wieder Zeit, dass der wieder auf sein Level kommt, die Musik wird dem wahrscheinlich zu laut sein, es wird dem zu viel los sein, es ist einfach ein kompletter Stimmungskiller. Meiner Meinung nach, ob ich jetzt von einer Zigarette stink, oder von einer Nebelmaschine, die einfach übertrieben hart rennt, die ganze Zeit, weil der Techniker sehr gut meint, macht auch keinen Unterschied für mich mehr. Ja gut, nicht ganz unrecht, Stimmung definitiv und auch das mit den baulichen Kosten, bin ich absolut bei dir, es ist schon, hätten sie es von Anfang an komplett untersagt, wäre es was anderes, natürlich zu Lasten der Betreiber, kompletter Scheiß. Ich denke halt, ja, ich bin wie gesagt auch nicht Raucher, meine Kollegen da sind auch nicht Raucher, die hat das auch immer ein bisschen gestört oder die haben es halt auch immer angesprochen, hey, das stinkt und so, aber hey, nochmal, du wirfst das doch sowieso in die Waschmaschine nach dem Weggehen, spätestens am nächsten Tag ist deine Wäsche in der Wäsche, wo ist das Problem? Ich werde doch auch nicht Pilot, wenn ich Höhenangst habe oder Flugangst habe, denke ich mir. Wenn es mich stört, dass da jemand raucht neben mir, dann gehe ich da nicht hin. Ja, das stimmt schon. Das ist mein Zuge. Wir sehen es ja auch bei unseren Kollegen in Kroatien, die haben das Rauchgesetz eingeführt, dort unten ist das ja noch schlimmer mit den Zigarettenkursen, das haben sie zwei Wochen später wieder gekippt, weil die gemerkt haben, dass erstens hält sich niemand dran, zweitens kannst du das nicht kontrollieren und drittens killt das einfach die ganze Gastro. Und bei uns hat das vielen Gastronomen das Genick gebrochen. Ich bin auch ganz ehrlich, an die ganzen Shisha-Lokale und so weiter habe ich auch absolut nicht mehr gedacht. ist ein definitiv guter Ansatz. Und auch, habe ich leider vergessen, dass es früher anders war im Endeffekt, dass du ja zwei Bereiche gehabt hast und dass du die aussuchen hast können. Also es ist schon wieder so lange her unterm Strich, dass man gar nicht mehr daran denkt. Es wird normal. Für mich war es jetzt komplett normal unterm Strich. Und da denke ich mir, hey, jetzt bist du in einem Shisha-Lokal, da gehst du davon aus, dass geraucht wird. Wenn ich das nicht will, dann gehe ich da nicht hin. Da muss ich halt in ein normales Café gehen. Und da sind wir in den Nichtrauchenbereich. Also ich wäre sehr, sehr dankbar dafür, wenn man es wieder einführen könnte, dass man entspannt im Club rauchen darf. Wird es wahrscheinlich nicht geben. Wie du sagst, es ist mittlerweile normal geworden, man akzeptiert es, man nimmt es hin. Gut finde ich es immer noch nicht. Aber ich habe jetzt schon gehört, mein Bett ruft nach mir. Das finde ich sehr gut. Du kannst es gerne weiterlabern, wenn du willst, mit dir selber oder mit unseren Zuhörern. Ich verabschiede mich jetzt einfach mal. Ich schließe mich da vollkommen an. Also ich freue mich jetzt auch schon aufs Bett. Dann hören wir uns nächste Woche. Einen schönen Wochenstart an dieser Stelle. Bleib brav, baut keinen Scheiß und Küsschen aufs Nüsschen. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.